Shalom, Shalom, geliebte Geschwister, ich darf euch wieder eine Einladung schicken zu unserer nächsten Let It Rain Conference vom 11. bis 13. Oktober in Andernach. Und wir freuen uns sehr, dich dort zu sehen und mit dir Herrlichkeit Gottes zu erleben. Denn wir sind alle jetzt in höchster Spannung, wann kommt Jesus um seine Braut zu holen. Und da wollen wir alle bereit sein. Und so entlade ich euch herzlich ein, vom 11. bis 13. Oktober nach Andernach zu kommen und mit uns die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Wir freuen uns über die lieben Geschwister, den Elia und auch seine Mitarbeiter. Und wir können es nicht erwarten, euch dort zu sehen. Wir beten, dass der Herr euch täglich seine Gunst und Gnade schenkt. Denn wir sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen auf dieser Welt. Wir lieben euch, wir schätzen euch und wir sind dankbar für euren Glauben und für euer Dranbleiben an Jesus. Shalom, Shalom und bis bald. Shalom, Shalom und bis bald.